Gibt es noch eine andere Kritik am heutigen Bildungssystem, wo Sie sagen würden, Sie würden das völlig umstellen? Also, wenn Sie mir das Zepter geben und ich darf König von Deutschland sein, würde ich das Erste machen und das ist das komplette Bildungssystem. Zuerst einmal weg. Komplett. Warum? In Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, haben wir eine föderale Zuständigkeit bei Schulen. Sie müssen sich einfach mal vorstellen, was das heißt. Also Mathematik in Bremen ist was anderes als Mathematik in München. Es ist so, dass auf der einen Seite die Mitarbeiter alle flexibel sein sollen, aber stellen Sie sich mal eine Familie vor, die vorher in Frankfurt war und die Kinder sind da und dann kriegt der Mann einen Job in München und dann haben die ein Problem, weil dann heißt es Jahr 8 in Hessen, ist aber nicht Jahr 8 in Bayern und Stress. Das Zweite ist... 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 Das Zweite ist...